Ein androgyner junger Mann, eine extravagante Diva oder Mephisto aus Goethes Faust. Das sind nur wenige der Rollen, in die Urs Lüthi geschlüpft ist. Der Schweizer Künstler hat damit 1970 begonnen, im Alter von 23 Jahren. Seitdem experimentiert er immer wieder mit dem Selbstporträt und lotet damit seine eigene Identität aus. Wie wäre ein Bild allein dazu in der Lage, einen Menschen in seiner komplexen Gesamtheit wiederzugeben? Wie könnte man damit alle Emotionen und Sehnsüchte des eigenen Selbst ausdrücken? Lüthi verkleidet sich nicht, um andere darzustellen, sondern er versucht damit immer wieder Facetten seiner eigenen Persönlichkeit zu zeigen. Diese Bilder waren Teil einer Ausstellung hier in der Neuen Galerie im Jahr 1974. Die Ausstellung hieß Transformer – Aspekte der Travestie. Travestie bezeichnet eine Kunstform, die mit Geschlechterrollen spielt. Zumeist verkleiden sich dabei Männer als Frauen. Klischees und Stereotype werden dabei häufig überzeichnet. Drag ist auch eine Form der Travestie. Dabei wird jedoch nicht nur mit Rollenbildern gespielt, sondern oft mit dem Konzept von Geschlecht an sich gebrochen. Beides sind Bühnentechniken. Sie sind daher unabhängig von der eigenen Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung und damit klar von Trans abzugrenzen. Die Ausstellung Untertitelung des ZDF, 2020